Intro So Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans Ja, ich möchte erstmal ein bisschen Klangkrieg hier was zeigen Auf jeden Fall, wir haben den Ausdruck gewonnen Man sieht hier schon direkt, dass die Gegner sich eigentlich nicht anzugreifen Weil die gesehen haben, dass wir so überlegen waren Einfach unglaublich, ich fand es mega cool für alle 90 von 90 Es hat wirklich jeder angegriffen Was ich mega heftig fand, natürlich später unnötig Aber ja, die Gegner waren nicht unbedingt deutlich schlechter Im Gegenteil, die waren genauso gut Also super Angriffe sind dabei rum Kommen gerade die ersten, alle drei Sterne fast geholt Und zwar nicht mal nur Lower-Angriffe, sondern auch recht gute Später natürlich dann nicht mehr so viel Da man ja auch nicht mehr viel holen konnte Das sieht man schon hier bei den Feindlichen Da haben aber auch die Großen hier bei den Großen Zwei Sterne geholt Also und dann, da unten fing es dann an, dass dann auch nur noch drei Sterne sind Auf jeden Fall Warte mal, ab hier Ja, ab hier alles nur noch drei Sterne auch Also auf jeden Fall war das eine Bombensache Also wirklich, da lobt man alle Samstag wird es schon direkt den nächsten Klankrieg geben Also auf jeden Fall da Props an den ganzen Klaren Das war natürlich direkt ein super Einstieg Merkt man schon direkt mit Organisationen und den richtigen Leuten Funktioniert es einfach Ja, ihr merkt, da haben sich viele bestellt Der Klang war geschlossen Er wird immer wieder geschlossen und wieder aufgemacht Weil in den Klankriegen bleibt er geschlossen Das heißt, es wird Phasen geben Das ist offen, das ist geschlossen Ich werde das nicht ankündigen Oder dass es zu viele sind Ihr müsst da selber mal immer wieder drauf achten Also, jo Also, wie gesagt Es können halt nicht mehr Es sind auch gerade 47 Es können einfach nicht mehr rein Es tut mir sehr leid Aber wo nicht mehr geht, geht einfach nicht mehr Und ja, ich würde mal sagen Ich mache einen kleinen Angriff Wollte ich noch machen Und, ähm Ja, den weiteren Verlauf würde ich gehen Auf jeden Fall wird es Der Loot Das ist aber ein netter Loot Den werde ich mir jetzt erstmal mit, äh Mit Freude gönnen Oh, wie nett Wollen wir den Baba King erstmal ein bisschen hier Beheizen Boah, der Loot Der ist natürlich echt spitze Ich weiß gar nicht, wie viel in den Lagern ist Wahrscheinlich doch ein kleines Stückchen Ich sehe es schon Aber trotzdem Ich denke, wenn wir da noch ein bisschen was machen Können wir vielleicht an die Lager noch ran Mit dem Baba King auf jeden Fall Boah Stark, 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 stark Jetzt ruckelt es ein bisschen Das ist immer natürlich blöd Viele fangen jetzt immer noch Ich beantworte es Wieder mit Blue Stacks nehme ich auf Ähm Die Frage ist, wie komme ich am besten An die Lager ran Da und jetzt habe ich da noch einige Truppen Unter dem Baba King Also Da habe ich, äh Luckys einige drin Das mit den Luftverteilungen ist blöd Mal gucken Ne, ich denke Warte mal Gehen die Feuerwehr noch so down sogar? Ja Ein paar Luckys bleiben noch im Leben So, der Baba King leidet Ich muss den Oh, kack Jetzt sind die nach oben gegangen Die Maggies habe ich gar nicht gesehen Den muss ich mal boosten schon mal Mal gucken Ah, da werden die schon hier beballert Ein bisschen Lager Auf jeden Fall ein Hammer Loot ist das Super Ist natürlich direkt, äh, Bombe Ähm Ja, also Äh, so ein Glück muss man haben Ich habe eigentlich immer recht Pech Ich suche ewig Verschwende so viel Gold Und da irgendwas ordentliches finden So, das Rathos kriege ich wahrscheinlich auch noch Der Baba King stirbt Aber die Maggies klären da unten Dann da unten wird auch noch gut abgeschraubt Ja, wir haben den ganzen Loot Also, äh, ja Das ist natürlich Dunkles Noch ein bisschen abfahren Dunkles war leider wenig, glaube ich Sonst war aber ein guter Loot So Ja, eine kleine Diskussion Werte ich noch machen Wegen zu früh Rathos gehabt Also ein paar haben mir das geschrieben Ähm Ich habe leider verpeilt Dass die Teslas, ähm Noch ein Level mehr haben Das einzige, was verpeilt Aber ja Also das ist schon, äh Äh, nice Ein leider wenig Dunkles Aber gut, man kann nicht immer von allem viel haben Ähm Die Sache ist einfach Ich fahre mir ja direkt an Es gibt nicht viel Zum Beispiel Die Kaserne kann ich auch im Nachhinein noch ziehen Äh, das ist keine große Sache Ne, die Teslas habe ich halt verpeilt Wusste ich nicht Das habe ich halt verpennt Das tut mir leid Das hatte ich verpennt Ich habe hier direkt einen neuen schon gemacht Also die sind bald alle auf 5 Immerhin Ja, also gut Das ist das Einzige, was ich verpeilt habe Sonst, ähm Wieso? Die Mauern alle zu machen Finde ich total unnötig Also Ich möchte halt, wenn ich halt Ähm, jetzt auf Auf geht Dann alle schon auf 8 ziehen Aber vorher Wieso? Die Frage ist wirklich Wieso einfach Es lohnt sich nicht Also es haben auch Ein paar, waren viele Diskussionen Ich bin kein Profi In der Kleidung Weil über die Zeit Weiß ich schon ein bisschen mehr Also, ähm Ich kann nur sagen Es lohnt sich nicht so Also Lieber upleveln Mal Und jetzt mal bald Queen und sowas holen Ähm Das war ja dann mal noch sinnvoller Das Einzige, was jetzt demnächst nur ab muss Ist auch mal Mein dunkles Elixielager Und das mache ich nach der Queen dann Ähm, was jetzt nach der Queen Also das mache ich glaube ich sogar Alter als nächstes Ähm Auch für die Queen Weil ich habe ja dann 40.000 Maximum Und dann habe ich so Überschuss Also wie gesagt Ähm Ja Also auf jeden Fall Ja, freue ich mich auch sehr auf die Schweinis Also Und dann wird ja eh 50.000 kosten Dann muss ich jetzt aufs nächsten Level haben Also nochmal dazu Wie gesagt Sonst ist alles auf Maximum Also ich habe hier noch gesehen Es ist ein Bogieturm noch übergeblieben Ähm Sonst sind alle Oh, einer noch Ups Ups, ups Einer sogar zwei Bogietürme Und dann Äh Drei Tesla Also wenn ich einen noch habe Sonst ist alles auf Maximum Ich wollte einfach mal Rathos updaten Ich habe so lange gewartet Die ich wollte es endlich haben Tut mir leid Gut, ich hätte da vielleicht Nur zwei Wochen warten können Aber jetzt abzubrechen Finde ich ganz ganz blöd Es läuft einmal Ich habe das Geld ausgegeben Und dann ist es auch gut Meiner Meinung nach Also Da du jetzt viele CWs machen Kommt auch viel Zeug rein Also Ja, auf jeden Fall Ich freue mich auch sehr Die Klamog abzunehmen Das wird auch nochmal Ein teures Spielchen werden Ähm Jo Also Die Lager sind da auch Alle schon wieder Die Maximum Warte mal Ne Warte, ich hatte auch noch Zwei neue Genau Diese hier Sind auch Maximum Oh, hatte ich gar nicht gewusst Ja, seht ihr Ähm Ja, wir haben so ein paar Phasen Also das haben die Clanleiter noch Dass wir manchmal Farm Und ähm Ähm Dings da Pokejagd haben Und sowas Ich Ist gerade Pokejagd auch Ich muss mal auch ein bisschen höher gehen Ähm Ich bin mit Gold 3 Nicht so zufrieden Ich würde gerne schon Ähm Wieder im Bereich von Kristall 3 langsam landen Also da werde ich demnächst Ähm Ja Ich verstehe immer nicht Wieso das kommt Ähm Ähm Werde ich auch wie gesagt Bald auf Ähm Ja Das nächste ist halt Kristall Ähm Gehen Dann muss ich halt leider Das Rathaus reinstellen Und ich lasse es sogar draußen Weil Ich verliere ja wenig Ich muss mal gucken Also auf jeden Fall möchte ich dann Bald Ja mal ein bisschen höher gehen Ähm Ich gehe mal durch Ich möchte mal gucken Warte mal Wo war das denn jetzt Da war das Ähm Meine Liga Oh ja gut Ich bin hier schon fast Gold 2 Fehlen zwei Pokale Auf jeden Fall Ja Sonst Äh Ja nochmal Props an den ganz klaren Äh Super Sache Ich freue mich sehr auf den nächsten CW Äh Es wird auf jeden Fall wieder eine coole Sache Äh Viel diskutiert in den Kommentaren Viele haben gespendet Wirklich Guckt euch mal die Spendenverhältnisse an Ich finde das einfach Hammer Alle schön ausgeglichen Viele haben Spenden Am Fordern Ähm Meine kackt natürlich ein bisschen rein Ich hab halt nicht so viel Zeit Und sowas Ich sag auch direkt Spendenverhältnisse sind hier nicht so wichtig Das heißt Wenn ihr einfach zu viele Truppen gespendet Oder gefordert habt Dann ist es einfach so Was ich aber nicht mag Wenn jemand halt hier so Schmarrozarak macht So Meins ist schon an der Grenze Muss ich sagen Aber Ja Also Ich mag Zum Beispiel das siehst du hier Da können wir ruhig ein paar Truppen auch mal Äh Fordern Ähm Und das schadet nicht Aber sonst hier Ähm Mir hat eigentlich das Bässe Aaron ist natürlich hier mega stark dabei Ähm Sonst Ja wie gesagt Sehr ausgeglichen Also auf jeden Fall Da cool Ich möchte mal Ähm Hier der Olli Geil möchte mir die Base mal angucken Der ist auch sehr aktiv Also Wie gesagt Ein Clan Leiterposten ist nur offen Da werde ich mal gucken Also ich auch eine starke Base Der hat aber auch Zu früh gemacht Ja der hat zu früh Seins geupdatet Das sehe ich gerade Das ist zu früh sogar Also noch früher als ich So Die Tests sind noch zu niedrig Ja die X-Bögen sind alle 1 glaube ich sogar Ja das war zu früh Also 1 ist natürlich Man kann es eher auf 2 Mal glaube ich Erst ab Rathaus 10 Ich freue mich auf jeden Fall Wenn ich dann meinen X-Bogen holen kann Also ich kann dann viel holen Da muss ich dann mal gucken Da muss ich eh meine Base mal umbauen Also Ähm Ja Da wird noch viel passieren Okay Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Ähm Natürlich ein starker Loot Ähm Ja Beim nächsten Mal gibt es dann den Clankrieg Tipps und sowas natürlich immer rein Ich freue mich sehr auf die Schweine Dann werde ich endlich mal mit Schweine 4 angreifen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Und dann kommt es noch mal mit Schweine 5-3-4-5-3-4-5-5-1-0-1-2-1-1-2-1-2-3-1-1-2-1-3-1-2-1-1-2-2-1-1-3-1-2-1-3-2-1-1-3-1-3-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-3-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-3-1-1-2-1-2-2-1-2-3-1-2-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-3-1-2-2-1-2-1-2-2-1-2-